Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Magic Rock mit mir, dem Kritori. In der letzten Folge, das war schon ein bisschen länger her, daher weiß ich nicht... Die Folge fängt ja schon wieder gut an. Okay, okay, okay. Ich hab keine Ahnung. Wie, man kann die Dinger aus dem Himmel schießen und dann fliegt der Pfeil nicht mehr weiter? Okay. Gut. Ähm. Ja. Ähm. Okay. Ja, super, das Feuer geht ja gar nicht mehr aus. Das ist, ach, das wird spät. Äh, noch irgendwo Feuer? Nein. Gut. Okay. Äh, ich glaub, wir wollten in den letzten Folgen Fleisch sammeln, um, ähm, das bei diesem, ähm... ... bei diesem, äh, Gemüse hinzubekommen, aber ich hab grad vergessen, wie der heißt. Ähm. Ich glaub, das war Martin, oder? Äh, jetzt muss ich da grad mal hinschauen und schauen, wie der heißt. Okay. Ähm. Ich glaub, ich kann fliehen, oder? War da nicht was? Cloud-App doch, oder? Fast Flight. Matterquats hab ich im Inventar. Also, irgendwie... Oh, da... ... ... ... Hier ist ein neues Gebäude entstanden. Ähm... Hm. Martin, weißt du, was da war? Ähm... Ja, gut. Okay, das kann ich... Ach, das kann ich gar nicht verkaufen. Oh, God. Äh, kann man das irgendwie zu dem anderen Inkriff losgehen? Äh, das geht bei manchen. Ja, gut, ähm... Nein, kann man nicht. Schade, ähm... Dann kann ich das hier in den Ofen schmeißen. Cool. Das heißt, ich brauch bloß noch das bei, das zu so... Na, ist super. Okay, dann... ...werde ich gleich schauen, was... ...dieses komische Gebäude da ist. Ähm... ...davor werde ich allerdings noch... Was hab ich denn da... ...nie? Slowen. Okay, gut. Wer Slowness will, sollte das eindeutig essen. So, das Zeug hier war einfach nicht. Schnitzte gerade doch, wie er sagte. Okay. Äh... ...Iron Shards, die... ...und die Gold Nuggets... ...und die Iron Nuggets... ...kann ich mal zusammencraften. Okay, werde ich irgendwann anders machen. Ich hab hier keinen Craften-Teil. Ähm... Ja, wir wollten mir dieses komische Gebäude anschauen. Jetzt nicht hier lang mit dem Ofen rumtut. Also. Äh... Ich glaub, äh... ...nach der letzten Folge war ich in der Wüste... ...und bin wieder zurück hier in die, ähm... ...dahinter gelaufen. Da war das hier aber noch nicht da. Also. Offscreen halt. Oh, okay. Ist denn das Partikel? Ja, oder? Die kommen da aus dem Boden. Äh, was ist das? Ähm, so. Komischer Block. Ah, okay, gut. Damit wäre dann auch geklärt, was hier ist. Hier ist eine Bank. Ähm... Wie heißt der? Cray. Cray. Ich glaub Cray. Ja, Cray. Ähm... Cray Banker. Was hast du so zu sagen? Äh, okay, gut. Du bist Besitzer dieser Bank. Und... Hallo. Ah, der tauscht hier Währungen um. Diamant-Coins. Einstack Gold-Coins. Ich will gar nicht wissen, was... ...man mit denen alles machen könnte. Ah, und... Ich glaub, der tauscht hier... Ähm... Ding, ähm... Na? Der tauscht hier Währungen um. Der tauscht hier die Gold-Coins in... Golden-Coins um. Und die hier, das sind ja die Währungen. Ähm... Also bei den anderen beiden... ...ist das hier... Also, die wollen hier nur das haben. Dann... Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt das hin? Oh, wenn's da oben ist, so ein... Himmelsteil. Keine Ahnung, was das ist. Äh, mal so langsam. Ja, okay, gut. Dank dem hier bekomm ich kein Falscher. Muss ich das in der Hand halten, damit ich fliegen kann? So, ich zieh mal meine Rüstung raus. Vielleicht geht's halt ein. Ah, jetzt geht's. Auf einmal. Okay, gut. Äh, so. Dann kommt man auch schneller rum. Ich weiß nicht, warum dieses Fliegen manchmal einfach nicht geht. Ich glaub, das packt einfach manchmal rum. Oh, und hier haben wir, glaub ich, schon gelootet. Ja, genau. Hier haben wir schon gelootet. Äh, sorry. Ui. Loosefly. Ähm. Ich würd diese Dinger hier ganz gerne, wenn ich mein Haus baue, als Aufzüge oder sowas nutzen, weil, wenn man auf dem steht, dann bekommt man kurzes Jump Boost für, keine Ahnung, wie lang. Hm. Ich weiß nicht, irgendwie. Wo kommt der her? Naja, egal. Ähm. Ja, man bekommt auf den Jump Boost. Aber ich weiß nicht, wenn man das behält. Achso, ich kann hier in der Luft sneaken, ich idiot. Ähm, ich nehm mir mal hier einfach ein paar Stück mit. Nein, stört schon niemanden. So. Was ist das für Geräusche macht, das Zeug, wenn man das abbaut? Klingt auch nicht schön. Ähm. Was ich gerade noch für eine Überlegung hab, ist, gibt's das Zeug vielleicht in anderen Farben auch? Äh. Wie bestimmt einige wissen, bin ich nicht gerade der größte Fan von der Farbe Pink. So, jetzt geht's. Ist das bei diesem grünen Zeug hier genauso? Ja! Geil, dann nehme ich das mit. Oder, oder sind die unterschiedlich stark? Äh. Jump Boost 3 und hier... Hm. Auch Jump Boost 3. Dann nehme ich die grünen lieber. Aber ich glaube, diese Bäume hier kann man anpflanzen, wenn man sich dieses bestimmte komische Gras hier mitnimmt. Oder Erde oder was auch immer. Das ist uns herzliche von diesen Bäumen. Dann würde ich das ganz gerne mitnehmen. Weil dann kann ich das bei mir unten einfach anbauen. Als ob hier alle Blöcke so komische Geräusche machen, wenn man sie abbaut. Was ist denn drüben vielleicht schon Sätze mehr? Hm. Ah, hier scheinen keine Sätze mehr mitzukommen. Vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Ne, da kommt nichts. Okay, jetzt bitte fliegen. Oh, da kommt doch Sätze mehr. Gut, dass das Cloud-Pad nicht geht. Vielleicht muss man wirklich jedes Mal seine Rüstung aus. Ich weiß nicht, dieses Cloud-Pad spinnt irgendwie extrem rum. Ähm. Ja, gut. Was machen wir dann? Solange ich jetzt nicht sterbe, wäre das Cloud-Pad rum... Äh, okay. Okay, das Cloud-Pad baut so weit nicht rum. Dann, ähm, habe ich off-screen festgestellt, dass man dann diese Dinger hier abbaut, dass dann Glowstone rausdroppt. Und man die sofort wieder nachpflanzen kann mit diesen Dingern hier, die ich zuerst für irgendwas Essbares gehalten habe. Äh, da kann man auch nichts machen jetzt. Oh, ich habe diese ganzen Golden-Coins, äh, in Gold-Nuggets umgewandelt, fällt mir gerade ein. Und Gold-Nuggets wird ja scheinbar keine. Hm. Naja, hoffentlich war das jetzt kein Flieger. Bin ich eigentlich auf Peaceful, weil irgendwie... Nee, vorhin waren ja auch schon Gegner da. Was steht da hinten wieder drin? Ah ja, da ist ein Gegner, gut. Also auf Peaceful bin ich nicht. Immerhin. Ah, ich sollte auch endlich mein Haus bauen. Okay, ähm, was kann man jetzt noch machen? Da, ich habe jetzt sogar so ein Teil in meiner Kiste drin. Ähm. Das kann ich auch mal mitnehmen. Dann, das, 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 das. Und die beiden Dinger da. Und das Teil. Kann ich auch mal alles mitnehmen. So, die kann ich mal... Ach, und das Eisen natürlich. Das kann ich alles mal einlagern. Was ist das denn für ein Zeug? Ach, das ist dieses Zeug, das man... aus dem man einen Gangbräu daherstellt, was man in der Wüste findet. Okay. Meine, ähm, mein Hundbild. Das Ganze... Warte mal kurz. Mein Helm reagiert doch auf Erze. Was heißt dieser Vorbild? Ja, da ist ein Erz. Was Teufel für ein Erz ist wahrscheinlich wohl da. Oh, da ist ein... Was ist das Zeug denn? Ey, was ist denn hier alles an Erzen? Tja, Batek. Mein Inventar ist komplett voll. Ähm, ja gut. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Äh, hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin der Kreturi. Und ciao.